Hey Leute, hallo und herzlich willkommen, hallo zu dieser Folge am Minecraft Jump League. Ähm, das war richtig schnell, hier gerade. Ähm, wir sind hier alleine auf, auf, auf die Map, ja gut. Ja, Map, jump League zogen wir und ich bin gerade richtig schlecht. Oh nein, hä, ich schaff, ja, komm, was ist das hier? Ich schaff nicht, weil das erste, du, äh, Tobi, warte kurz. Konzentrieren! Okay, hilft nix. Ich gebe auf, Leute. Tschüss. Okay. Ja, 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 ja. Boah. Zumindest habe ich bis jetzt die erste Chance. Boah, nochmal knapp hier. So, wir möchten uns schnell aufholen, finde ich. Und schreibt mal in die Kommentare Challenges, die ich probieren soll. Das wäre geil, weil ich will Challenges haben, aber ich kann selber keine finden. Schreibt mal bitte in die Kommentare, wenn ihr das wollt. Das wäre nett. Ui. Okay, und wir sind hier auf das leichteste Modul ever. Zack. Und dann kommt auch ein OK-Modul. Und wir sind ja eigentlich recht gut am Start. Upp. Mal hier verkackt. Drei. Und dann haben wir das bis jetzt geschafft. Den Helm haben wir schon. Okay, gut. Dann haben wir eigentlich alles in diese Chests. Ui. Kann ja alles sein. Also zum Beispiel, ich darf nur eine Sache von der Chests nehmen oder irgendwie so. Keine Ahnung, Mann. Sag mal irgendwas. Weil jetzt kann ich hier keine Challenge machen, weil ich habe hier schon eine Runde angefangen. Und was gerade macht, habe ich jetzt gerade nicht gesehen. Boah, das war knapp. Oder irgendwie irgendwas. Oh Mann, schade. Das wäre nett. Oh. Ich fände diesen Dusch schwer. Aber so. Geht schon. Geht schon. Irgendwas halt. Schreiben mal irgendwas. Irgendein Challenge, das ihr cool findet, das ich vielleicht probieren soll. Zug machen. Und. Oh Mann. Modul 6. Wir sind Zweiter. Und diesen Sprung schaffe ich jetzt nicht. Das war auch richtig. Na auch mal. Das war auch richtig schön, dass ich den nicht geschafft habe. Da habe ich mich richtig gefreut. Ui. Ui. Ne. Ne. Warum schaffe ich gerade dieses Modul nicht. Das ist eigentlich recht leicht. Aber dieser Sprung hier. Hey, ich schaffe den Sprung nicht. Ist irgendwas los mit mir oder wie so? Ich schaffe den Grüt gar nicht. Okay. Kannst du uns reißen. Ui. Oh. Ich habe es geschafft. Oh Mann, Leute. Ähnlich. Oh. Das wäre es jetzt, was ich jetzt verkackt hätte. Können wir mal die Chess hier nehmen. Hm. Dankeschön. Nein, 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 nein. Nicht euer Ernst, oder? Ja, gut. Ähm. Kann man mal machen. Mal hoffen, dass... Ich habe noch vier Minuten. Zack. Oh Mann, schade. Schade. Ich habe es einmal geschafft. Den Sprung hier. Aber ich schaffe den Gott nicht. Aber das ist auch egal. Ich mache dann... Wenn ich überhaupt da hinkomme, würde ich den anderen Sprung hier machen. Zack. Oh. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Also Challenges für alle Spielmodis. Egal was. Ihr könnt dann zum Beispiel Survival-Gamph schreiben. Und dann schreibt ihr hinterher den Challenge. Oder Bedwurst. Und dann die Challenge. Was war das? Und Mario-Modul. Das habe ich auch nie probiert. Ich habe es echt nie probiert. Das sieht bis jetzt richtig geil aus. Aber richtig schwer. Ui. Ui. So hier. So. Das ist irgendwie... Mega-merkwürdig. Oder irgendwie Maps, die ich zocken soll. Irgendein Adventure-Map. Oder was weiß ich. Das... Warte mich freuen. Oh. Schade. Ich krampfe meine Hand. Ey. Oh, endlich. Okay. Weiter. Ich bin okay. Hier runter muss ich nicht. Und den Sprung habe ich geschafft. Wo ist hier der Chest eigentlich? Ich gucke immer, weil... Ich kenne dieses... Nein! Modul nicht. Das ist echt... Ich hasse es. Man ist so weit, ne? Man verkackt. Man einfach einsprungen. Und dann muss man ganz von vorne. Das finde ich immer so schade. Dass man so richtig lange gebraucht hat. Und dann verkackt man einfach. Aber ich will... Bitte, cheers noch. Da ist eigentlich... Na, am Ziel da eine. Okay. So gut. Trotzdem... Also nicht richtig. Nein! Ich hasse jetzt gerade mega das Modul. Hart. Ich finde das bis jetzt nicht so hart. Trotzdem. Aber das kann gut sein, dass es hart ist. Aber ich finde das nicht hart. Ich verkacke nur. Sehr viel. Okay. Jetzt schaffe ich nicht. Oh. Mann. Schade. Ui. Den einen... Nee! Oh Mann! Ich habe vergessen. Ich habe... Äh, warte. Ich... Doch. Egal. Oh, nee! Mann! Schade. Ich hasse diesen... Oh, ich bin gerade... So. Nein. Ich schaffe das nicht. Und hier ein Sprung. Ich musste mich jetzt gerade... konzentrieren um den Einsprung. Und ich will zumindest die Chess in dieses Modul hier bekommen. Okay. Oh. Bis jetzt hat es geklappt. Okay. Hier den Sprung. Habe ich? Nein! 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 Was ist das? Nein! Echt jetzt? Halt dich. Warte. Dann müssen wir es gehen. Warte. Warte. Ja. Jo. Ähm. Jo, Gigi. Ja, Gigi. Kann man mal schreiben. Oh. Bitte. Oh, nee. Dein Ernst? Oh. Äh. Ich hasse. Und ich habe natürlich das Steinschwert nicht bekommen. Ähm. Und das finde ich schon richtig schade. Komm, du hast... Du hast sicher ein Steinschwert. Nee, aber... Er hat gute Hits. Oh, scheide. Scheide wollte ich sagen. Komm, der Winner hat... Hat er nur ein... Warte. Okay, er hat... Okay, Gigi kann man mal machen. So richtig ab. Krass. Mega. Psyko. Hier. Äh. Oh, Mann. Schon tot. Oh, das kann nicht wahr sein. Nur, ach mal, okay. Wir hängen runter... Äh, dran. Und bis gleich. Hier sind wir wieder in Runde Nummer 2. Und mal gucken. Das ist echt nicht normal, dass ich zwei Runden hintereinander zocke. Ähm. Jump League und aufnehme. Oh, hier. Mega. Man sieht schon hier. Ich bin richtig bereit. Oh, ich wollte gerade drunter springen. Oh, nee. Okay. Gell, Al. Al. Ach so. Okay, wir fangen mal hier an. Zack. Hier. Ich hasse nämlich den anderen Weg. Den verkacke ich immer. Und mal gucken, wenn ich wieder ein Steinschwell bekomme, dass ich das nicht dieses Mal rausschmeiße. Das wäre richtig schade. Zack, so. Und mal gucken, wie lange diese Runde dauert. Und hoffen, dass ich gewinne natürlich, ne, Leute. Und dann gehen wir zum Modul 3. Das war jetzt schon schnell geschafft, würde ich sagen. Und wir nehmen mal die Sachen hier. Ui. Hoppla. Nee. Doch nicht. Das Video wird sicher zu lang. Da muss ich das einfach runterkacken. Und mal hoffen. Oh, nein. Oh, das war. Wow, ich bin gerade richtig krass am Start. So. Oh, 10. Ich bin richtig krass. Ich bin richtig krass. Wenn ihr meine Tastatur hört, dann tut es mir leid. Ich drücke einfach mega schnell auf meine Tasten. Und, ähm, also drückt mega schnell auf meine Tasten. Nein! Drück mega schnell auf meine Tasten und bewege mich richtig schnell in Minecraft. Ui, ui, flüssig, oh, geschafft. Ui, und Sprung. Oh Mann, den haben wir nicht geschafft. Das war nicht so gut. Und warum bin ich nicht oh Mann, nein. Nein. Und der erste ist wieder mega schnell. Kann nicht wahr sein, dass ich kurz zu, zu langsam bin. Ui, bitte, ja, okay. Oh, wow. So, endlich mal Rüstung hier und Sachen. So, dann haben wir auch diesen Pool geschafft, so gut wie. Jetzt habe ich das geschafft. LOL. Der, der erste war, hat einfach gelieft. Ich glaube, so ein Minecraft ist gecrasht oder irgendwie so. Oder er hat einfach das Modul mega gehasst und ist da rumgelieft. So, den Vierersprung haben wir jetzt geschafft. So, gut. Und zumindest wenn ich jetzt erster. Das ist doch auch mal schön. Opti. Ich schaff das grad mega gut. Äh, schießt euch, ne? Hallo? LOL. LOL. Die sind verleckt. Die sind verleckt. Die sind verleckt. Na, dann halt nicht. Okay, dann können wir mal weiter, wie es einfach Gott leckt. Und noch vier Minuten. Und ich bin... Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Mega echt jetzt. Okay. Ich muss sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns das nächste Mal. Also bis dann. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020